Hallo Leute, ich bin der André, ich bin der Felix, herzlich willkommen zur Eierlauf-Challenge, viel Spaß, wir geben alles. Also Jungs, Eierlauf-Challenge, wir haben hier einen Parcours vorbereitet, durch den müsst ihr einen Haufen Bälle bringen. Wichtig ist, kein Ball darf den Boden berühren, also tragen. Die erste Station Slalom durch die Stangen, danach bei den grünen Hütchen jemals einmal im Kreis rumdrehen, links über den gelben Stangenparcours drüber steigen, alle Bälle drüber befördern, ab dem gelben Hütchen einmal die Rechtskurve und dann durch den Tunnel alles befördern bis zum Ziel. Wichtig ist, wenn ihr einen fallen lässt, müsst ihr nochmal zum Start und den Parcours von vorn machen. Also so schnell es geht. So schnell es wäre, als erster mit allen Bällen im Ziel ist, der hat gewonnen. Schnelligkeit ist meine Stärke. Man muss aber nicht alle auf einmal, ne? Ne. Also es geht ja gar nicht, oder? Wenn du es hinbekommst, super. Versuchen wir es auch. Ja. Wenn du einen fallen lässt, musst du wieder von vorn anfangen. Ja. Okay. Handi-Bälle, fertig, los! Rieseneier, ey. Komm gar nicht runter. Ey. Wie soll ich den noch aufhalten jetzt? Da schwächelt er, glaube ich. Nein. Runtergefallen? Von vorne, gell? Wuh! Von vorne. Dann wieder zum Anfangen. Nein! So. Fuck. Ganz da vorne? Ey. Mein Rücken, dicker. Ich muss irgendeine andere Taktik wählen. Wie machst du denn das? Ich muss irgendwas anderes machen. Jetzt kriegt der Gewinner eigentlich. Guck mal, ich habe sicher gewonnen. Hier war gerade gefährlich. Ah! Habt ihr die für Schinter hier hingestellt, oder was? Das ist gar kein Platz. Oh, jetzt habe ich die Maschine. Nein! Komm! Komm, 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 komm! Komm! Ja! So, schock mal ein. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Morgen frei. Sag's mit dem Coach, morgen frei. Bye. Bye-bye. Bye-bye.